Ja dann, wer startet die Aufnahme? Wer sagt hallo? Du! Achso, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Daylight hier mit, äh... Überleben mit Freunden und... Ey, Tobi, das kannst du nicht machen! Was ist mit dem Tobi los? Alter, der Killer geht doch dann wieder, wenn er sich beleidigt fühlt. Und wer ist hier noch nicht ready? Der Curry ist noch nicht ready, Curry. Ich bin noch nicht ready, okay. Jetzt sag mal, ready, Alter. Curry? Curry drückt doch! Hey, ich hab doch keine, ich hab doch keine, sorry, sorry. Ah, 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 ah. Jetzt geht's los. Der wird uns jetzt so fertig machen, der wird uns jetzt so fertig machen. Einfach, weil... Jetzt kommt bei der Illustriere so ein Imba-Killer einfach. Der fliegt über die Karte halt. Klares Reagenz, Lars, das ist schon krass. Nee, aber wenn das so ein Imba-Killer ist, macht es sport mich das auf jeden Fall noch viel mehr an. Ja, auf jeden Fall, wir müssen das echt mal schaffen, das wär so geil. Ja. Aber wenn Tobi dabei in diese eine letzte Runde denken, wo wir letztens hatten, wo Gronkh und Panon überlebt haben, also nicht überlebt haben, aber da noch waren. Ja. Das war geil. Tobi, wo du noch durch die Luke gehen wolltest, weißt du noch mit den Fallen? Oh, ey, das war so krass. Die Survive-Runden, die waren echt cool, ey. Ja. Die kam auch echt gut an. Die Leute haben... Es hat jetzt auch echt schnell geklappt, muss ich sagen. Nicht mal fünf Minuten gewartet. Ja. Das stimmt. Okay, wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Wirkliches Schlachthaus oder Familie. Go. Alles klar. Ja. Reim. Altenheim. Oh, wir kriegen jetzt Glückwunke. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, stimmt ja. Ich hab den Scheiß-Koffer mitgenommen, ich Tobi. Okay. Hm, der ist schon da? Was? Was? Ja, jetzt wisst ihr mal, wie es mir immer geht. Wie kann der jetzt schon da sein? Scheiß-Koffer, ne? Oh nein. Er hat diese verkackte Kettensegel. Wie kann der aber jetzt schon da sein, Alter? Der hat mich sofort gefunden, innerhalb von einer Sekunde. Ja, wir sind zwei verschieden gespawnt. Haltet zusammen. Konzentriert euch. Ja, passt euch gegenseitig an. Leute, Generatoren machen. Komm. Okay. Ihr macht Generatoren. Ich versuche nochmal ein bisschen zu flüchten gerade. Wir müssen die Rollen wieder zuteilen. Hammer. Schön. Sehr gut. Wow. Gut, dass ich einen Koffer dabei habe. Mit einem Kreuz drauf. Aber da habe ich ihn abgehängt, oder? Der ist jetzt... Ich höre was, ich höre was. Ich höre nichts. Oh, er macht Kettensegel. Niiiih! Tobi, nein, kein Sohn. Hä? Der weiß sofort, wo er singt? Alter, da hat der Ding durchgesägt! Aber wie schnell! Was hat der durchgesägt? Alter, der ist krass, der Typ. Der ist krass, ich sag's euch. Hä, was hat der durchgesägt? Diese Barrikade, die ich da hingemacht habe. Die hat der einfach so... Und weg war's. Wusste der sofort, wo du bist, Somi? Nö, 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 ging. Ging. Wollte Generatoren machen. Oh, scheiße, scheiße. Okay. Ich sehe ihn gerade da hinten. Der Generator? Da ist irgendjemand irgendwie... Haha, ja, der ist bei mir, der ist bei mir, der ist bei mir. Aber der schlägt da unten daneben, was ich sehr gut finde. Okay, ich muss sagen, wenn er von dir ablässt oder so, weil... Ah, jetzt hat er mich einmal erwischt, der hat mich einmal erwischt. Du darfst nicht liegen, sonst geht er, glaube ich. Vorsicht, Vorsicht. Schön die Fremse aber nutzen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bin grad so unkonzentriert. Boah, Alter. Achja, wir müssen jetzt fünf Generatoren machen. Tobi, ist er noch bei dir? Ich bin tot. Fuck. Alter, wie schnell der ist. Der weiß auch echt immer, wo ich bin. Hat einer einen Heal-Kit dabei? Ja, ich... Tobi! Achso, ja gut. Heal ich mal selbst. Ja, wir können aber trotzdem... Ey, krass, der wusste sofort, wo ich bin. Alter. Ich hänge am Haken. Geis. Das heißt, ihr müsst aufpassen, jetzt... Ich bin auch gleich fertig. Ja, 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 ich... Ich komme nicht am Haken, aber... Und der ist sofort bei mir. Geht der weg, oder? Ich hab zwei genau davon gemacht, ich hab man's soll erfüllt. Ich... Ich hab jetzt auch zwei... Ne... Also, dann läuft's zu dir. Vonk? Ja. Ne, zwei hab ich dann. Scheiße. So, zack. Also, bei mir ist grad easy. Der ist gerade auf dem Weg zum Schlachthaus bei euch da drin. Okay, irgendwie, man muss zum Tobi gehen. Ja, 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 ich bin grad auf dem Weg, aber ich mach kann Herztopfen. Der Typ ist bei mir, der Typ ist bei mir. Jetzt ist er wieder bei dir. Sehr gut, sehr gut. Ja. Okay, ich bin auch auf dem Weg zu dir. Ja, hau mich halt, du blöde Sau. Okay, nice. Mach du weiter, Pan. Der ist immer noch bei mir. Ich bin jetzt im Schlachthaus drin. Jetzt haut er ab, jetzt haut er ab. Okay, sehr gut. Achtung, grong, pass auf. Einer muss ihn ablenken. Ja, ich bin grad auch, ich bin jetzt bei Tobi. Ja, okay, du musst ihn nehmen. Wenn es geht, dann nehmen ihn schnell. Hier ist nichts los gerade. Ich hab keine Herztopfen. Ne, 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 ne. Ich hab grad müssen, bisschen Herztopfen. Jetzt kommt er wieder. Sehr gut. Weg, weg, weg. Oh, ich bin ihm fast in die Arme gerannt. Scheiße. Weg, weg, weg. Nicht, nicht wieder fangen lassen. Alter, der ist bei mir schon wieder. Was ist denn mit dem Typen los? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, Tobi. Wir haben das. Wir packen das, komm. Wo seid ihr denn? Macht die Generatoren. Ja, ja, ich mach die Generator. Ey, das ist nicht wahr, Alter. Der Typ, ne? Ja, 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 ja. Es ist nur noch ein Generator. Komm, wir kommen hier alle neben draus. Ich bin jetzt total... Ich bin jetzt total gut Kumpel mit ihm. Ich hab mal... Lenk das ab. Kommt er jetzt zurück? Haut er ab? Ich weiß schon, wo er wohnt gerade. Wo geht er hin? Er geht hier an den Haken. An den Haken, an den Haken. Ich häng am Haken. Okay, da ist... Ich wollte mal gucken, ob er zu mir kommt, wenn ich jetzt... Ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein. Der hängt zu lange dran. Ach so, ja, okay. Okay, ich bin hier bei dem Generator. Okay, er geht gerade ums Schlachthaus. Ein Generator nur noch. Er geht gerade ums Schlachthaus. Okay, ich bin gerade an dem Generator. Mit, äh, Werkzeugkiste. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, nice. Ich geh schon mal zum Ausgang. Okay, ich hab Herzlopfen. Ich muss weg. Okay. Okay, er kommt mir entge... Scheiße! Ah! Ich hänge! Ich hänge! Ich hänge gar nie Generator fest! Warum? Warum was soll das? Das find ich voll doof. Weiter, 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 weiter. Das ist echt assi gewesen gerade. Ich hab's genau gesehen. Ist noch jemand am Generator machen? Oh, scheiße. Keiner macht Generatoren. Ja, bitte mach mal. Ich bin da gleich, aber ich höre jetzt grad Herzlopfen. Ich bin da gleich, aber ich höre jetzt grad Herzlopfen. Ich bin da gleich, aber ich höre jetzt grad Herzlopfen. Wer ist hinter Pan hier? Ich seh's. Kann ich zum Generator? Geht das? Nee, warte mal jetzt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, er hat sich gesehen. Ich glaube, er hat sich gesehen. Nee, nee, hat niemand gesehen. Er hat niemand gesehen. Er hat niemand gesehen. Alles gut, alles gut. Okay, ja, ich seh' ihn gerade. Alter! Geil. Geile Scheiße. Er ist aber noch nicht weg. Der läuft ja noch rum. Jetzt ist er weg. Der ist fast fertig hier. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's auch. Und jetzt läuft er irgendwie in Richtung Haus. Okay, ich warte nicht mal. Komm zu dir. Bleib da. Ist er fast fertig? Nee, ist auch weit. Oh, er kommt. Nee, oder? Nee. Ah, scheiße. Ich dachte, ich war vielleicht irgendwie im Punkt. Okay, er nimmt dich. Er nimmt dich. Wir machen das Ding fertig. Was? Hilf mir! Hörber! 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 Ich wickel für dich mit! Der eine muss gleich ihn eben weglocken. Aber nicht so offensichtlich. Haha, der hat den Ausgang gefunden. Das Tor ist schon offen. Mach schon mal das Tor auf. Er wird jetzt kommen. Er wird jetzt kommen. Er kommt zu euch, glaube ich. Er steht hier. Er patrouilliert. Patrouillier. Sagt, wenn er weggeht, ne? Ja. Aber es sieht nicht gut aus. Nee, ich glaube, der wartet. Der wartet. Der umrundet mich. Der umrundet mich. Warte, jetzt wird's langsam. Jetzt. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Es wird ruhiger. Es wird ruhiger. Immer ruhiger. Körri, bist du da? Warte. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ist irgendwie... Hä? Nee, doch nicht. Jetzt ist er wieder da. Ja. Wir müssen beide hin. Ach, weißt du was? Ich komm. Ist das Tor offen? Ja, Tor ist offen. Wir müssen beide hin. Wir müssen irgendwas machen. Ich will nicht ausfahren. Nee, ich hör... Joaah. Also, ich hör kein Herz klopfen gerade. Es sei denn, er hat sich nie gehört. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Curry seh ich gerade. Ich komm, ich komm. Du musst direkt mit mir kommen. Ja, ja, ja. Renn direkt mit mir mit. Sofort. Okay, alles klar, gut. Sofort, sofort, sofort. Genau in die Richtung. Zum hinteren Tor, ne? Ihr wisst wo. Genau in die Richtung. Da hinten siehst du das? Weiter, 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 weiter. Lauft ruhig einen kleinen Umweg am Rand entlang. Ja, ja, ja. Da ist das Tor, da ist das Tor. Komm, 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 komm. Mit der Kettensäge patrouillieren. Vorsicht, er ist am hinteren Tor. Er ist am hinteren Tor. Scheiße. Das haben es gesehen. Das haben wir gesehen. Okay, go, go, go. Jetzt. Los. Jetzt! Jawoll, froff, loff, 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 loff. Nein! Nein! Oh nein. Mann! Egal, egal. kelny. Ja, ja. Und du bist nicht mehr? Herr Curry fliegt bei mir wieder. Nein! Oh nein, das tut mir vor Leid. Das tut mir vor Leid. Wo es ist okay, guck mal, ihr beide hören... Das ist so sehr fasziniert. Warte mal, noch kann sie Wigglen. Noch können sie Wigglen. Noch können sie Wigglen. Ja, aber dann nicht mehr lange. Der hat hier gleich einen Haken, oder? Ah, fuck, fuck. Scheiße. Na ja. Trotzdem, äh, nicht schlecht. Also gute Runde. Boah, das war so knapp. Gute Runde. Boah, das ärger mich hat voll. Mit den Generatorn hat er echt gut geklappt. Mit den Generatorn hat er echt gut geklappt. Also warum hat sie nicht als letztes laufen dürfen, weil sie hatte halt nur noch einen Hit gebraucht? Ja. Ach, schade, ey. Na ja. Der kann jetzt eh nicht mehr aus der Karte, weil Curry bei mir noch fliegt, oder? Geht das? Andi Curry ist wieder raus. Okay, das ist gut. Gucken wir mal. Ähm, Blutpunkte, Blutpunkte direkt ausgeben. Also ich geb meine direkt jetzt aus. Ja, mach ich auch gerade. Viele Grüße, war ne schöne Runde. Ja. Die war ganz schick. Au, wie, welchen, welchen Rang hat er denn gehabt? Die waren geguckt jetzt. Ich hab, ich hab keine Ahnung, ich hab jetzt auch nicht drauf geguckt. Äh, der war 20. Wie wir. Aber ich bin schon froh, dass er nicht den Geist oder den Fallensteller gespielt hat mit den fetten Perks. Nein! Überzeichnende Kassenbutscheid, was denn? Die Wolke hat, die Wolke hat hier jetzt schon hier Karte bei mir. Ah, du bist ja schon über Level 10, ne? Ja. Was denn? Die Wolke hat zwei Sachen von mir gefressen. Jetzt, jetzt bin ich Level 11. Was denn? Zwei Sachen sind, zwei Sachen sind komplett weggefallen. Wenn ich gerade, ich hab grad einen Move gemacht und die Wolke hat gleichzeitig auch einen Move gemacht, hat den ersten Perk verschluckt. Ich hab noch einen Move gemacht, hat sie den zweiten Perk verschluckt. Die beiden Perks sind weggefallen. Was? Aber die du schon hattest, oder was? Nee, ähm. Wie soll ich das erklären? Zwei, zwei du hättest haben können. Genau. Ah, okay, okay, okay. Die hat also, die bewegt sich genauso auf der Karte wie ich. Krass. Scheiße. Das ist fies. Nein. Das ist wirklich sehr fies. Okay, ähm. Schauen wir mal. Das hier und das hier. Und... Also, vergibt auch eure Punkte, ne? Ja, ich hab schon, ich hab schon. Oh, Mann. Boah, Alter. Nice. War aber eine coole Runde. Das mit Partner ist echt leid am Ende. Boah, das macht echt Spaß. Oh, ich dachte gerade jemand hätte mich eingeladen. Soll ich machen? Ja, mach mal bitte. Ja, kannst du was? Kannst du gerne machen, hast du mal kurz. Klappt gerade. Eieieiei. So, vielen Dank für die Einladung. So. Bitteschön. Da bin ich gerne dabei. Das ist wie Geburtstag. Also, es macht wirklich verdammt viel Spaß. Ich muss aber sagen, ähm, ich würde sowas nicht durchgehend machen, weil die anderen Folgen machen mir halt auch ganz verdammt viel Spaß. Und es bringt halt echt eine gewisse Abwechslung mit rein. Mir nicht. Das stimmt. Dir nicht? Curry ist scheiße. Hey. Gut, aber das ist ja immer scheiße, egal ob so oder so, oder? Ja, das ist richtig. Okay. Da fehlt ja noch einer. Ja, der Curry ist nicht da. Ja, ich, ich, ich will gerade noch zuteilen hier, deswegen. Achso, zuteilen. Funktioniert mir gerade noch ein Wallhack. Achso. So ein Sprint-Hacker. Der rennt gleich so in den Kasten. Okay, ich nehm sie an. Habt ihr alle, habt ihr alle eure Punkte ausgegeben jetzt? Ja. Ja, ja, ja. Ich bin einfach dabei, meine 56.000 Punkte auszugeben. Manchmal spare ich die Punkte, um die beim Killer einzusetzen. Das macht auch Spaß. Ja, ja, stimmt. Da habe ich beim Kettensägenkiller ein paar Punkte eingesetzt. So. Kleine Soldat. Warte mal. Warte mal, bevor wir starten. Ich habe gerade ein dunkles Reagenzglas freigeschaltet. Was ist das denn? Echt? Ich habe eine Taschenlampe. Toll. Die steht ja immer gut, die Taschenlampe. Ja, ne? Dunkels Reagenzglas. Klares, Mattes. Klares, Mattes. Mattes! Mattes, yes, yes, yes. Oh, noch vier Level und ich habe einen zweiten Perk-Slot. Cool. Das mache ich ja schon mal fertig. Freut mich ja richtig für dich. Oh, wow, ich habe zwei Taschenlampen. Yay. Geil. Kannst du ja dual? Kannst du ja ruhig aufnehmen. Was ich mich frage, ich kann keine Addons auswählen. Item Addons. Nur wenn du ein Item hast. Ah, okay. Jetzt habe ich es auch gemacht. Und die Addons müssen zu dem Item passen. Weiße Tobi. Okay, warte mal. Habe ich jetzt da, geil. Was verdichtet stark den dunklen Nebelschleier. Ist das gut? Äh, ja, für Überleben ist das gut. Puh. Geil. Hammer. Ich bin bereit für eine neue Runde, meine Damen und Herren. Jawohl. Ja, geh das hoch. Ja, geh das hoch. Kibbeling. 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 Oh, oh, oh. Ja, Spielbeginn heißt ja nix, ne? Kein Spielbeginn gefunden. Kibbeling. Nochmal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Die Searching for Games. Spielen. Wir kriegen gleich einen Kibbel. Geil. Blum, blum, blum. Es kommt schon. Searching for Games. Hä? Irgendjemand hat... Hä? Warum macht ihr das? Hä? Was machen wir nicht absichtlich? Was denn? Hä? Ich bin bereit. Weil ihr seid nicht mehr bereit. Ich bin nicht bereit? Nein, du bist nicht bereit. Ja, aber wenn ich fertig mache, dann kommt sie bei mir auf. Hä? Das ist ja merkwürdig gerade. Mach jetzt einer, der nicht bereit ist, da. Ja, der gronkt bei mir. Drück mal auf bereit. Mach nochmal. Hä? Jetzt bist du bei mir bereit. Jetzt. Jetzt sind wir alle bereit. Da spielst du auf jeden Fall bugfrei. Ne, jetzt sind wir nicht alle bereit. Hä? Einer ist nicht bereit. Jetzt. Ne, ne, ne. Moment mal, ich war bereit. Ja, ich war bereit. Aber ich war nicht bereit. Du warst bereit. Das Spiel ist auf jeden Fall bugfrei. Hä? Nochmal. Okay, komm Leute, komm. Wir packen das jetzt. Wir packen das. Wenn das jetzt die ganze Zeit nicht funktioniert, dann mache ich auf Twitter einen Aufruf. Und sage ich, Leute, lockt euch ein. Wir spielen hier gerade. Überlebe mit Freunden. Ne, damit mehr Kinder unterwegs sind. Überlebe mit Kibbeling. Killer aus der Community? Alter, die häuten uns. Die häuten uns und schneiden uns in Kibbeling. Ich hoffe, da ist ein Hater dabei. Er bringt noch so ein bisschen Würze rein. Der wird uns dann ja jagen bis zum Gehtnimmer. Vielleicht gibt es ein Tanzverbot als Killer. Würde ich gerne sehen. Würde ich gerne sehen. Ich bin schon wieder... Bin ich bereit? Ey, ich verstehe das gar nicht. Das ist irgendwie voll komisch. Bin ich bereit? Aber meistens klappt es dann. Mach mal... Ich bin bereit. Drückt alle nochmal unten drauf. Also... So. Hä? So, warte jetzt. Jetzt haben wir es gebrückt. Jetzt kommt. Einer fehlt noch. Das bin ich, oder was? Ne, bei mir haben alle Haken. Nein. Jetzt. Ja, bei mir haben alle Haken. Ja. Ja, ich hatte auch einen Haken. Na komm. Na komm. Ja, kein Spieler. Hey, kein Spieler. Ich bin bereit. Ich bin bereit, wenn du es bist. Das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair, Tobi. Carry man. Der Twitter-Post, der rückt immer näher. Vor der Sendung verschieben sie um zwei Stunden. Spannung. Und... So, was müssen die eigentlich machen? Denn normal als Killer irgendwie starten? Und dann kommt dieses... Einfach eine Lobby suchen, ja. Oh. Okay, in Ordnung. Daylight ist so ein bisschen das Wetten, dass... Der Spiele-Szene. Ja. Na? Oh. Hä? Bei mir hat schon wieder... Ja, du schon wieder. Du bist bei mir nicht bereit. Hä? Ich rück auf nicht bereit und jetzt ist das Spielbeginn. Warte, warte, warte. Ich raff das nicht. Vorhin ging es danach. Warte. Hä, oh oh oh. Hä, oh oh oh. Höh ! Ah, oh oh oh. Ohr! Was ist jetzt drauf? Was habt ihr so in dieser Woche gemacht? Ach, ja. Hm? Die ganze Zeit Hausarbeit. Haha, Sonnenbrand. Hör auf, hör auf. Sonnenbrand. Wovon das denn? Lässt dein Mann nicht aus dem Hauf? Ja, beim Einkaufen immer, da bin ich einkaufen gehalten. Die Spülmaschine wieder ausgeräumt. Du musst also die Woche die Spülmaschine ausberäumt. Das muss so eine sehr große Spülmaschine sein. Ja. Das ist ein Spülkeller. Der Curry ist einfach so klein. Der Curry ist genauso groß wie er, wenn er den rausräumt. Immer ein nach dem anderen. Können wir hier einen Cut machen, weil ich glaube, das ist echt zu langweilig, wenn wir da jetzt die ganze Zeit... Und es geht los. Und es geht los. Und es geht los. Aber gerade jetzt, wo es spannend wird... Machen wir hier einen Kack? Machen wir hier einen Kack? Machen wir hier einen Kack? Machen wir hier einen Kack. Ja. Machen wir einen Kack. Ich bin auch sehr stark für Kack. 3, 2, 1, Kack. Auf den Kack. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, vielleicht kommen ja jetzt Leute, die müssen sich... Ah, vielleicht... Es hat's gemacht. Das sind die Ersten. Ich bin so bewusst, wenn das jetzt wirklich jemand wäre. Ja, kann das sein. Ist doch super. Wir hoffen gerade, dass es jemand aus der Community ist. Ja. Du kannst uns nicht sehen, oder? Päne. Ey. Genital. Okay, ich drücke einfach mal fertig jetzt, ne? Wo schneiden wir eigentlich? Wo schneiden wir eigentlich? Ja, jetzt, oder? Ja, hier. Ich hab... Ich hab mal ja auch da mal angefangen. Ich hab mal im Badebüschirm, ne? Ich hab mal im Badebüschirm, ne? Alles klar, blablablabla. Dunkles Reagenzglas. Danke, Tobi. Boah, 20 Minuten später. Ähm, äh, was ist hier los? Der frische Fuchsschwanz. Frischer Fuchsschwanz und Duftkissen. Du wieder. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Das wird ne schöne Runde. Okay, Freunde, dann lass uns mal loslegen. Tobi, du bist... Wir machen alle erstmal Generatoren. Ihr werdet gar nichts erben. Kombination. Pienen, Pienen. Hä? Bosen und Pienen. 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 Oh ja. Bosen und Pienen. Was? Wer nennt die Folge Bosen und Pienen? Ey, das war echt voll gut. Wer darf das entsprechend der Thumbnail auch machen? Ey, das war echt voll gut. Wir müssten echt mal ne A Cappella-Band sein. Das wär geil. Wenn's mit YouTube nicht mehr läuft, machen wir auf jeden Fall ein Album. Nennen wir uns dann auch die Bosen und Pienen. Entschuldigung. A Cappilla. A Cappilla. A Cappilla. A Cappilla. Ja, das ist voll nebelig hier gerade bei euch auch. Ja, hier auch. Ja, wer war das denn? Wer hat denn hier das dunkle Reagenzglas benutzt? Äh, ich hab voll eben durchgezogen, Alter. Wer hat hier flatuliert? Konzentriert euch. Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Wir flatulieren zum Geburtstag. Curry, mach doch mal den scheiß gerne Radvormittag. Wir flatulieren zum Geburtstag. Curry, Mann. Flatulation zu deinem Geburtstag. Was ist denn das für Nebel? Das ist doch nicht normal. Ja, das ist das dunkle Reagenzglas vom Tobi. Ja, toll, Tobi. Sehr gut. Ey, das ist ja echt geil. Oh, da kommt er, er hat den Fallensteller genommen. Oh, okay. Oh Gott. Also, vorsicht bei engen Durchgängen. Hä, was war da jetzt? Warum muss ich ja schon mal lachen, wenn du das sagst? Ich weiß auch nicht. Warum? Boah, der Nebel ist super. Du hast mich den Nebel in Sink auf Karmut oben. Lachen Sie gleich. Ich weiß, was geil ist. Der kann dann den Spuren nicht so gut lesen. In der Durchgänge. Hilfe, Hilfe, erst hinter mir her. Können wir uns jetzt konzentrieren? Leute. Ich musste gerade an enge Durchgänge denken. Es tut mir sehr leid, Pandoria. Oh Gott. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Halt uns auf den Laufenden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe Angst. Oh nein, oh nein. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay, ich mache Generator gerade. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, mach mal. 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 Ich habe eine Falle vor mir. Er stellt eine Falle vor mir auf. Sag Bescheid, ob er kämpft, ne? Ich hole dich mal. Ja. Okay, er stellt eine Falle auf, ne? Curry, geht ihr zwar hin? Curry, grunk? Oder soll ich... Ja. Also ich bin sowieso gerade in der Nähe und er ist jetzt in deinem Bus verschwunden. Hast du noch Heartbeats für ihn? Ja. Wie ist das? Ja, doch. Ich habe noch Heartbeats. Wie hat er mich gerade nicht gesehen? Ah, wer ist das? Er hat mich gesehen. Hallo. Ich habe eine Falle vor mir. Ich habe eine Falle vor mir. Ich lenke ihn ab. Ich lenke ihn ab. Nein, Alter. Ich habe nur eine Falle vor mir. Ja, ich wollte die Falle eigentlich machen. Kannst du mich kurz befreien? Achso, ich befreie dich. Ich bin da. Danke schön. Okay, entschuldige bitte. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist weg von mir. Leute, ich weiß nicht, was gerade passiert. Erst bei mir. Erst bei mir. Hat mich aber nicht... Pan frei. Ja. Alter, ihr müsst euch voll im Leben verstecken, Alter. Tobi, das war richtig gut. Du musst, dass du hier die ganze Zeit rumgefurzt hast. Das ist... Ich bin hier durch die Gegend geflogen, Currymann. Ja, so... Auf meiner Bob Marley-Wolke. Oh, fuck. Der hat mich gleich. Bob Marley-Wolke nennt er das. The work is engaging. Ich schock, schock, schock. Ich kann dir gute Sachen geben. Hinter dir. Hinter dir. Ich muss Bronk heilen. Oh, oh, heil. Alter, oh, fuck. Eine Falle genau vom Haus. Äh, genau vom Fenster. Oh! Oh, sorry. Schon gut. Okay, er hat mich. Ja. Ja. Wir... Oh, mit Space jetzt nicht noch Gewölbe machen können. Das wäre nochmal interessant gewesen. Ob das geklappt hätte, das wäre voll der Bug gewesen eigentlich. Gewölbe. Oh, Alter. Hä? Was, 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 was? Was passiert? Alter, und ich häng fest. Ich häng fest. Nein. Wirst du verarschen? Was ist passiert? Voll der beschissene Bug. Voll der beschissene Bug. Okay, Pan, wir müssen ihn... Alter, das ist doch wohl ein Hohn, Alter. Der wird da sein jetzt. Ja, aber ich seh ihn, ich seh ihn gerade nicht. Wieso seh ich ihn denn nicht? Also, einer krauchtel da gerade von mir. Ich weiß nicht, das ist Curry wahrscheinlich. Oh, er ist im Haus. Ja, ja, genau. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Er hat ihn auf dem Arm. Ich wickele aber eh gleich frei. Ich wickele jetzt frei. Geh, 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 geh. Lauf, 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 lauf. Gut. Nice. Weg, weg, weg. Aufteilen, aufteilen. Er würde hinter mir her sein. Macht Generatoren auf jeden Fall. Okay, Tobi, du machst Generatoren. Einen brauchen wir noch. Sehr gut. Jetzt hat er mich wieder. Macht Generatoren einfach. Ist egal. Ich versuche den weiter aufzuhalten. Tobi macht gerade keine Generatoren. Ich suche einen. Mann! Ah, da ist er. Ich hab noch einen. Ah, okay. Okay, letzter Generator. Go, go, go. Warte dich, der regler müsste man, dass der sinkt ist. Der sinkt das nicht. Der kann mich auch ruhig aufhängen. Ich kann doch noch ein bisschen weg... Ach, macht er auch gerade. Ja, auch häng. Ich kann doch noch ein bisschen wiggeln. Da bist du. Hauptsache, der Generator hat gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Läuft. Komm, 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 komm. Das war riskant, Curry. Er hat eine Falle aufgelöst. Aber ich danke dir. Ah, cool. Ist der bei euch da hinten irgendwo? Er hat mich jetzt. Ich sollte von euch weglaufen. Ich kann dich heilen. Warte, ich kann dich heilen. Ja, er hat mich einmal gehittet. Wo bist du denn? Hier im Haus. Boah. Aber ich hab leichten Herzschlag. Wo bist du? Ich hab leichten Herzschlag. Okay, ich bin genau hinter dir. Okay. Ah, fuck, jetzt hat er mich. Shit. Danke dir. Macht Generatoren, Leute. Okay. Der ist gleich fertig, der Generator hier. Ich hab's gleich. Wir können gleich nicht. Sehr geil. Okay, einer geht dann zum Tor und die zwei anderen kümmern sich um mich dann. Nö. Okay, oder nicht. Er stellt direkt eine Falle bei mir auf. Hab's, hab's, hab's. Natürlich macht er das. Grunddeutsch. Ich, ich, ich hält Curry mit. Ich hab nur mir Taschen dafür. Er hat direkt eine Falle bei mir aufgestellt. Also, denk dran. Hat der Curry hängt? Curry hängt. Ich hol die Falle, einer hol die Curry. Pass auf, Falle. Okay, ich sehe ich. Schnell, schnell, schnell. Er ist gerade weggegangen. Easy going, Curry. Okay, runter mit Curry. Komm, hast du... Hey, 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 hey. Weg, weg, weg. Obwohl. Das ist nicht so die gute Idee da jetzt, ne? Das, was ich da gerade noch mal holen. Hat einer ein Tor offen gemacht? Nee. Macht mir egal. So lange nicht da ist. Okay, warte. Macht, macht, macht. Er denkt bestimmt, wir sind beim anderen Tor. Macht, macht, macht. Oh, er kommt. Nein! Oh, was mach ich? Hier, versteckt euch. Versteckt euch. Nein, das wollte ich überhaupt gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Versteckt euch, Leute. Du konntest nicht abbrechen. Warum hast du das denn direkt gemacht? Ich hab nicht mal wirklich den Knopf gedrückt. Was hast du denn gemacht? Ich sehe dich gar nicht. Schon gut, schon gut. Wie, was soll das denn? Wie? Was passiert denn jetzt mit dir, Pan? Hat er dich aufgehoben oder wie sieht es aus? Scheiße, ja, ich hänge. Ich hänge da, wo du hängst. Aber so, ach da. Da, wo du hängst. Okay, wie sieht es aus? Sie sind zu dritt. Was macht der? Hä? Ich überlege da. Ich höre die Falle. Ich höre die Falle. Er macht eine Falle, ja. Er läuft aber weg. Okay, Tobi. Wo läuft er? Woher ist er gelaufen? Ich sehe das gerade gar nicht. Tobi, schnell. Komm, komm, komm. Aber die Falle ist doch was. Ja, mach nix, mach nix. Geht, geht. Nein. Oh. Scheiße. Erik, wo isst du? Habt ihr das Tor offen? Ich bin genau da drüben. Mach das Tor offen. Nein, das Tor ist noch nicht offen. Scheiße. Fuck. Ist ja da will eine Falle hin oder was? Ne, 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 ne. Ist da, hey, das war ich nicht. Der kämmt jetzt aber am Tor, oder? Ne, der nimmt die Pan. Der nimmt die Pan und geht weg. Ja, ich bin gleich auf dem Tor. Okay, sehr gut. Stippst du jetzt, wenn du am Haken bist? Mhm. Okay, warte, warte, ich mach doch scheiße. Ach so, entschuldige bitte. Ja. Mach auf, mach. Ich verstehe das gerade nicht. Nein, das gibt's doch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, super schön. Ich hab doch da... Fuck, kacke, ey. Ich hab überlegt, glaub ich, den Haken... Ich hab überlegt, glaub ich, den Haken sabotiert, ne? Und, äh, hab dann das Herz-Kopfen gehört, hab aber nicht aufs Sabotieren gedrückt. Und dann hat sie die Falle dann irgendwie, das ist voll strange. Bei mir war das so, bei mir war das so, der Killer ist in seine eigene Falle gestolpert quasi, ähm, und dadurch bin ich runtergefallen. Aber, und ich konnte nicht weg, ich war so eingeklemmt und konnte nicht weg. Ich hab die ganze Zeit nur rumgezittert, während er noch in der Falle war. Und dann plötzlich, als er wieder frei war aus der Falle, war ich plötzlich in der Falle. So voll dämlich. Hä? Aber das kann doch gar nicht sein. Die war doch, die war doch dann schon offen. Ich, ich habe es auf Video. Olchen! Liebe Grüße, Olchen an dieser Stelle. Unerbittlich. Was hat er denn? Unerbittlich. Oh, Olchen ist unerbittlich. Das verstehe ich. Da hab ich viele Perks gehabt, ne? Ja, schon. Außer als ein Typ, dann ist der Name nicht süß, sondern männlich. Was ist das? War ein Gleichgesinnt da. Hui. Okay. War schon schnuckelig, das muss ich sagen. Aber wir haben nicht schlecht gespielt, wir haben ganz gut gespielt eigentlich. Aber ich muss sagen, ich hatte auch echt Glück, weil der hat mich irgendwie zweimal nicht getroffen. Ah, Mist. Okay, Punkte ausgeben und da... Achso, ja, ne, warte mal, die Folge ist jetzt vorbei. Folge ist vorbei. Boah, das ist ja groß. Folge ist vorbei, ah ja. Nix, Folge wird geiler. Ich hatte fast gelevelt, fast wäre ich Level aufgeliefert. Schade. Mein Reagenz-Dings ist... Das war so ein Einmal-Perk leider nur. Naja, ist ne Opfergabe halt, ne? Das ist so jetzt wirklich sehr, sehr tragisch. Hm, das ist nicht so gut. Das wollte ich jetzt so mal gesagt haben. So, jetzt direkt noch ne Runde und... Also, in der nächsten Aufnahme natürlich. Ja, in der nächsten Folge, ne? In der nächsten Folge. Ja. Das ist noch der... Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer noch, nach so vielen Folgen. Und, äh, ich hoffe, dass während wir das gerade aufnehmen, äh, es keine Updates gab. Weil ich würde mich sehr ärgern, wenn es jetzt schon den neuen Kinder gehen würde. Ja, bestimmt. Während der Gamescom ist ne beste Idee einfach. Dann fuck ich mich so ab. Echt. Die kündigen das bestimmt auf der Gamescom an. Und sagen dann so, now ready for download. Ja. Ne, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Boah, war ne coole Runde. Hat dir echt Spaß gemacht? Du hast nicht das letzte Wort! Ich mach hier gerade wieder ne Updates! Entschuldigung, ich wollte doch auch mal kurz kurz was dazu sagen. Ich wollte nur sagen, war ne coole Runde, hat Spaß gemacht. Entschuldigung. Jetzt auf einmal ist der Spaß wieder weg, hast du ja voll verdorben. Hey, hey, komm, komm. Ja? Ich widerspreche nie einer Frau. Ne, aber ich mach hier aber die... Ja, du hast recht, Panik. Ich denk so, jetzt machst du mal die Up-Mod, jetzt bist du mal mutig. Ja, tschüss. Und dann... Ja, auf jeden Fall war das eine gute Runde. Du machst das immer, Mensch. So. Jetzt darfst du, komm. Hast du jetzt das letzte Wort gehabt, können wir jetzt bitte Schluss machen? Nein, jetzt komm, mach, mach. Und ich meine nicht mit dem Spiel. Das ist voll ernst hier gerade, auf jeden Fall. Ja, das ist unerbittlich. Das ist nicht gespielt. Das ist unerbittlich. Cari. Ich zitter schon am ganzen Körper. YouTube-Drama. 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 Geh mal Puffertjes essen oder? Ja, komm, mach mal raus, Alter. Puffertjes. Jetzt mal ich da Puffertjes essen. Puffertjes. Macht's gut, tschüss. Puffertjes, yes, yes. Yes, yes. So. Tschüss, Freunde. Tschö mit Ö und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Puffertjes. 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 Das war eigentlich echt eine gute Runde. Du bist echt einer. Du bist echt einer. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist jetzt? Machst du mich doch mal aus? Nein. Du kannst mich schon wieder verstehen. Nein. Nein. Tschüss. Nein. Tschüss. Ich kann mich mal. Oh, jetzt gleich. Es ist eine Einladung. Ich hasse nicht. Was denn? Warum machst du das denn, Eva? Was mach ich denn? Du bist doch ein Arsch. Was mach ich denn? Ich sitze hier und singe Arme Maria. Ja. Du sitzt hier und singst Arme Maria. Arme Maria. Ich hab schon meine Aufnahme dann beendet. Arme Maria. Arme Maria. Arme Maria. Arme Maria. So, wer nimmt eigentlich alles gerade noch auf? Ja, ich nicht. Ich hatte meine Aufgabe ja schon beendet, du blödmann. Ich wollte nur fragen. Wer nimmt gerade noch auf, Tomi? Du hast zu. Ja, ich nehme auch noch. Ach so. Würdest du dich auch noch verabschieden kurz vor? Ja, wäre cool. War eine coole Folge. Ey, ihr könnt mich mal. Finde ich auch. Die war echt super. Zwei Tage, 20 Uhr geht's weiter mit der Badelle an. Und die Pan ist auch mit dabei. Am Arsch lecken. Sehr gut. Voller guter Laune. Fett am Arsch lecken. Voller guter Laune. Fett am Arsch lecken. Die werden nur was für den Mais rausknibbeln lassen. Ich würde mich gerne mal selbst Fett am Arsch lecken. Weißt du, wenn das gehen würde? Ja? Wie so ein Hund mit das Bein hinter dem Ding ins Klemmen und dann... Ja beide, beide am besten. Ich hasse meine bildliche Fantasie. Ja, Kopfkino gerade. Alter, das ist furchtbar. Nee, aber jetzt echt. Ciao, ne? Können wir da vielleicht mal irgendwie Fanarts von machen? Nein! Boah, bitte ja! Bitte ja! So, jetzt aber wirklich... Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Oh, tschüss, ne?